Zweiter Akt. Die Entscheidung. Untertitelung. BR 2018 Es ist 20 Uhr. Willkommen bei den Fuchs News live aus Bielefeld. Es geht um diese Aufnahmen, die derzeit in aller Munde sind. Auf dem Gigator-Kanal wurde ein Video hochgeladen, das viele Fragen aufwirft. Wer ist dieser Peter? Wo kommt er überhaupt her? Hat er einfach keine Hobbys? Fragen über Fragen. Eine Stellungnahme liegt bezüglich, gibt derzeit in der Gigator derzeit noch nicht. Hier reagiert das Volk. Unsere Korrespondenten befragen Passanten. Leif aus Bielefeld. Ey Bro, um Gingis mache ich mir keine Sorgen, man. Er um Peter. Der Motherfucker weiß doch gar nicht, wen er da frontet. Bro, das, was in Bielefeld gerade passiert, das ist schon krass, man. Gingis sorgt dafür, dass die Stadt wieder lebt. Peter kann einpacken. Wieso, Bruder? Ich stimme dir auf jeden Fall einfach zu. Was? Wer? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Interessiert mich auch nicht, ey. Ich habe Feierabend, ich will meine Ruhe haben. Mann, ey. Unmöglich, wird mir hier auf öffentlicher Straße belästigt. Was soll der Scheiß, ey. Geh arbeiten, Junge. Bro, was ist die los, Mann? Bin ich gleich, oder was? Joa. Guck mal her, das Mikrofon. Ich grüße erstmal meine Bilder. Momo, ich grüße dich. Du schüttest mir das 10 Euro wegen Shishabba. Bis zum Ende des Monats, ne? Wir unterbrechen die Übertragung aufgrund technischer Störungen. Kommen wir zum Wetter. Nächste Woche wird das... Kommen wir zum Wetter. Kommen wir zum Wetter. Kommen wir zum Wetter.